Willkommen bei Rusty Lake, einem Ort an der Erinnerungen in kleine Würfel eingefangen werden. Was hast du gesagt? Bist du Vergangenheit, oder? Ja. Wann bin ich Zukunft? Du hast die Zukunft gewählt. Wählt der andere Spieler die Vergangenheit? Ja. Verdraust du der Person in der Vergangenheit? Nein. Wähle zwischen Schmetterling oder Biene. Die Person in der Vergangenheit muss dieselbe Wahl treffen. Ja, was soll ich das an? Biene, die sind Arschlöcher. Naja, sie geben uns Blumen und alles. Ich nehm Biene. Naja, halt Biene. Was? Ich sag den Biene! Okay, ich hab vor mir irgendwelche Tastenrückdinger und einen Brief. Ja, ich hab so einen Computer, den ich einen ausschalten kann. Warte, ich lese jetzt mal was im Brief drinsteht. Rusty Lake, Januar 1926. Meine geliebte Tochter Los. Wenn du diesen Brief findest, bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Aber es gibt Hoffnung. In den letzten Monaten habe ich ein Gerät entwickelt, das eine Verbindung zu einer vertrauenswürdigen Person in der Zukunft herstellt. Der Raum, in dem du dich befindest, kann von dieser Person beeinflusst werden. Öffne aber erst diese Box und warte auf weitere Anweisungen. Liebe, dein Vater Albert. Um Zugang zu verifizieren, das Jahr der Erinnerung eingeben. 1926. 1926, pass. Zugriff gewährt. Okay, alles klar. Zugriff gewährt. Bitte die folgende Information an die Person in der Vergangenheit übermitteln. Hast du zufällig irgendetwas bei dir, was so neun, also dreimal drei Vierecke sind? Jajaja. Okay, das ist so ein Kreuz, also links, rechts oben, links unten, rechts unten und Mitte leuchten bei mir auf. Ah ja, ich hab's, ich hab's. Streichhölzer hab ich jetzt. Okay. Ich kann jetzt in den nächsten Raum gehen. Du bist Streichhölzer und eine Kerze. Auf dem PC ist jetzt ne Biene gekommen und mein PC ist abgeschmiert. Und, was ist er hier? Streichhölzer oder was? Ja lol, ich hab Streichhölzer und nen Deckel oder nen Knopf, also so nen Drehknopf oder so wie von oben. P17. Ah, warte, ich sehe es jetzt. Ich kann den PC drehen. Okay, hier kann ich ne Batterie einfügen. Ah. Lola, hinten auf dem PC hab ich ne Stereo. Ah, warte, P17. Alles gut, das ist bei mir. Ich muss diesen Knopf, den ich gefunden hab, im PC reingeben. Achso. Okay, jetzt hab ich den angemacht. Okay, da haben sich jetzt vier Felder gemischt. Also, äh, das sind so vier, äh, wie so Karten. Äh, links oben auf der Karte ist ne Biene drauf, rechts oben ist ein Haus, links unten sind, sieht aus wie ein Vater und ein Kind und rechts unten ist ein Kind oder ne Puppe. Ja. Ja, das hab ich auch. Das Haus, eine Biene. Ja. Ein Vogel, der was auf der Art sitzt. Nein. Und ein Vater mit seinem Kind. Okay, also, das einzige was du nicht hast ist diese Puppe oder das Kind und ich hab den Vogel nicht. Ah, ich, ich, ich kann was ändern. Kannst du auch was ändern? Nein. Ich kann nur auf die Füge. Ich kann alles ändern. Ist bei dir so ne Reihenfolge, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten? Ja, als erstes kommt das Haus, links oben. Okay, warte. Ah, ich, ah mein Gott. Ah, ja, rechts oben. Dann rechts oben ist die Biene. Ui, warte. Ja. Links unten kommt der Vogel. Nur der Vogel, der so nach hinten schaut. Ja, der was auf dem Ast sitzt. Für mich ist er kein Ast. Ja, er hält den Vogel dann halt. Okay, und rechts unten? Und rechts unten ist der Vater mit seinem Kind. Ja, nice. Und das war's. Okay, warte, jetzt mischen die sich noch ein. Ja. Okay, jetzt kann ich nichts ändern. Hast du nochmal so ein viereckiges Feld, wo du was eingeben musst? Ja, hab ich. Okay, äh, links oben ist so ein umgedrehtes Kreuz. Ja. Ja. Rechts oben ist so ein, ein, wie soll ich sagen, so ein Stoppschild, so ein Kreis mit einem Plus darin. Ja. Links unten ist dieser Strich, der unten so eine Kugel hat. Ja. Und rechts unten ist dieses Feld, wo oben ein Rechteck ist und unten zwei Vierecke. Ja, hab's. Rauch, Gas und Ausstoß muss ich regulieren. Ja, aber. Äh, eins, fünf und zwei. Ah. Warte, 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 wo sind die? Ein bisschen. Ah, die hier, die hier. Alles gut. Hast du gesagt? Eins. Fünf und zwei. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Eins, zwei. Warte. Eins, zwei, drei, vier. Achso. Zwei, oder? Das letzte. Eins. Ja, ist zwei. Ah ja, jetzt habe ich eine Batterie bekommen. Okay. Und, äh, mein PC raucht. Stark, bei mir raucht auch gerade alles. Ich kann die Batterie hier in den PC reingeben. Warte, mach ich mal. Ah. Jetzt dreht sich ein Windrad oder halt so ein, äh, Lüfter. Oh, und über der Batterie steht eine Uhrzeit, 13 Uhr 15. Ah, da hat es 13 Uhr 15? Ja. Oh, die Papierl haben sich bewegt bei mir. Was ist er? Ich habe zwei Sachen bekommen, irgendwann auch. Was ist er? Ein Schlüssel und ein Diagramm. Okay. Kannst du irgendwas mit der Uhrzeit anfangen, oder? Ja, ja, kann ich. Ich dreh gerade. 13 Uhr 15. Ah, ja, geil, danke. Oh, warte. Ich habe es. Also, zumindest wo ich den Schlüssel reingeben kann. Hier ist die Linse. Okay. Okay, das sind jetzt wieder drei Zeichen. Ich habe nichts. Was ist? Ich muss in den Spiegel schauen und mir selber die Maske aufsetzen. Okay. Was ist? Jetzt ist alles eingefroren. Okay. Was ist? Sonst noch was bei dir, oder? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte. Ist alles still jetzt. Schau dir, kannst du dich im Raum umschauen? Ich probiere gerade alles anzudrücken, warte. Vielleicht, wenn du dich im Raum umschaust, dort bei der Tür zum Beispiel. Vielleicht werden die jetzt Sachen angezeigt, die ich brauche, in einer Reihenfolge. Ja, ja, ja. Der Kreuz, also dieses Kreuz da ist rechts, der Pfeil ist links und der Kreis ist unten. Das Kreuz ist rechts, der Pfeil ist links, hast du gesagt. Ja, und der Kreis ist oben. Ja, oh mein Gott. Also. Jetzt muss man auf die Idee kommen, in den Spiegel zu schauen und dir eine Maske aufzusetzen. Alles klar. Ja, okay, jetzt sehe ich auch die Bilder, die du gemeint hast an der Tür. Ist so eine Doppeltür, oder? Ja. Ja, ja, links Hirsch, links Auge, ja, ja, jetzt sehe ich das. Okay, bei mir leuchten alle in Farbe außer drei Symbole. Welche? Okay. Auf der rechten Tür, was eben mit Schmetterlingmesser und dem ganzen steht, leuchtet der Berg weiß, der Baum links weiß und der Würfel weiß. Also die haben bei mir keine Farbe. Ah, das habe ich jetzt eingegeben, das hat sich das Auge wieder verdreht, diese Linse. Okay. Also, du hast jetzt in der Mitte eins rechts daneben das Kreuz. Warte, achso, warte, 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 es hat sich jetzt wieder verändert. Ja. Was hast du gesagt, vom Kreuz gehen wir aus, okay. Ich bin das Kreuz jetzt rechts, also komplett rechts. In der Mitte, also genau in der Mitte und dann eines rechts daneben ist das Kreuz. Genau in der Mitte und dann, ja, eins nach oben oder nach unten? Wie nach oben oder nach unten? Ja, ich kann die nur im Kreis drehen, ich kann die nicht nach rechts oder links. Ich kann die nur so rundherum um die Linse im Kreis drehen. Okay, das kommt kurz rechts nach der Mitte. Ja, das heißt da oder da. Bleibt der Rest gleich, oder? Nein, das hat sich auch alles verdreht. Es ist überall zwei Abstand nach links. Hast du so Felder, du hast so Felder, gell? Ich habe einen Kreis. Keine Felder? Ich habe in diesen Kreis Felder, doch, das ist so... Eine Uhr, stimmt, eine Uhr kann ich dir sagen, so mäßig. Ah, eine Uhr. Dann können wir jetzt dafür... Nein, 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 ich erkläre es dir jetzt nur wie eine Uhr. Dann weißt du vielleicht circa, wie es bei mir ausschaut. Es ist ein Kreis, ich kann daran diese 3F-Symbole drehen und es ist... Ich kann es dir auch wie eine Uhr erklären. Ja, gut, dann mach mal, dann sag Kreuz. Das Kreuz ist auf 1. 1, okay, ja. Äh, der Pfeil, der ist auf... 10. Äh... 7, 8, 9, 10, ja. Ah, ja, ich sehe es. Okay, jetzt... Warte, na warte, ich bin schon drin. Den Ding, Strich hatte ich richtig. Okay. Okay, jetzt sehe ich bei dir wieder auf der rechten Tür die Symbole. Aber diesmal ist das Messer und der Schmetterling weiß. Ja. Okay, hat sich bei dir wieder etwas verändert? Ja. Wieder auf der Ding? Ja. Okay. Der Pfeil, der ist auf 11. Äh, ja. Der Kreis, der ist auf 8. Äh, ja. Kreuz ist auf 4. Ja, nice. Okay, äh, Messerschmetterling bleibt gleich, das ist weiß und Berg und Würfel kommen noch dazu. Was? Also, wie gesagt, ich sehe jetzt wieder die rechte Tür mit weißen Symbolen. Äh, das... Da ist die Tür geöffnet. Okay. Okay. Geh mal durch. Ich sehe halt jetzt noch die Tür, bei mir leuchtet der Schmetterling, der Berg, der Würfel und das Messer weiß. Was ist das? Also, bei mir ist hier die Tür geöffnet. Ja, geh mal durch. Und dann habe ich noch so auf dem Papier noch so Pfeile. Hoch, runter, hoch, runter, runter, runter. Ah, warte, 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 sag nochmal hoch. Hoch, runter, hoch. Ja. Runter, runter, runter. Nice. Ja, ja, nice. Okay, ich habe jetzt eine, äh, ne, was ist das? Gelbe Diskette bekommen. Okay, gibt's... Hat sich bei dir was verändert oder bleibt bei dir noch alles gleich? Bei mir ist alles gleich. Ah, okay, warte. Ich habe die Festplatte eingelegt. Extraktionsprogramm wird geladen. Ich sehe jetzt ein Grab. Ja. Albert van der Boom. Ja, ja, ja. Ja, bei mir, bei mir ist der Name in zwei Farben geschrieben. Also manche Buchstaben sind weiß, die blinken auf, also die verschwinden auch. Sag, sag mir die Buchstaben. Die, die aufblinken. Ja, 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 ja. Okay, L. Ja. 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 A. Welche? Was? Welches A. Äh, A. 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 A, E, R. Ja. O. Ja, der Sack ist offen. Was für eine Klappe. Was für eine Klappe. Oh, die Klappe. A. 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 A T. A. A. das dritte von rechts oben ganz oben rechts ja das vierte von links unten das 1 2 3 4 5 6 das achte von links unten links gezählt also untere reihe von links das achte 6 in der oberen reihe von links gezählt jetzt habe ich einen zahn du hast einen zahn links unten so ganz links unten okay ja okay hast du das bekommen ich habe nichts bekommen aber ich kann wieder eine pc gehen okay drei felder oben drei felder unten hatte ich und ich habe ich habe ich habe auf den feldern stehen x y z 1 2 3 ja also jetzt kommt 2 ja y 3 ja z ja 1 x ja das war es okay warte jetzt habe ich den zettel bekommen steht ein hinweis liegt im auge der krähe 3 1 2 ja ein hinweis liegt im eigenen abbild also im spiegel wahrscheinlich bei dir blut 3 1 2 ja z y x okay oh mein gott alter what the fuck okay ich kann jetzt nur vermuten wie dein raum ausschaut ist oft bei dein raum ist im einen eck ein dass der sarg rechts davon ist der computer oder so ein tisch halt und links davon ist so ein runder tisch mit so einer lampe drüber da ist ein sarg bei mir ja rechts ist ein gerzenhalter und links ist eine vase mit einer rose ok und ach digga das ist sowas okay rechts unten man mit biene also der angegriffen wird also ein kind wurde von einer biene angegriffen meine geschwister lacht mich aus ja ja jeder sieht und hat mein herz gebrochen jeder sie hat mein herz gebrochen ist ja irgendwo eine frau oder so ein mann der was ja ja eine frau eine frau die wir rechts oben was macht die frau die sitzt auf dem tisch so einen runden tisch und schaut dumm in die kamer ok die geburt meiner tochter rose war mein größter erfolg in meinem leben äh ja warte warte der typ der was das kind hält jajaja links unten ja und das nächste letzte ich habe das büffelgerät entwickelt um eine verbindung zur zukunft herzustellen ok das könnte das dann rechts unten wenn ich ein schachspiel verliere endet mein erstes leben ähm ja links oben meine schwarze seele wird noch in der zukunft bestehen und auf wiederbeleben warten rechts oben x z y ja 312 312 ja ich habe einen löffel ja und ich habe einen löffel bekommen ok die heiße suppe essen und eine gabe erhalten ich habe jetzt auch das schachbrett ich habe jetzt auch das schachbrett so schwarze und eine weiße figur habe ich links 1 bis 6 unten a bis f blau weiß blau weiß blau weiß so okay die weiße figur ist von mir von f1 auf a6 gefahren die schwarze figur ist jetzt bei mir auf e5 gefahren die musst du wahrscheinlich lenken oder ja ok a3 a3 ja e1 ja f3 ja c3 a3 e1 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 dora ach so ja ich habe e1 wow dora 1 dora 1 ja ja äh c6 d6 ok bei mir ist gerade was drauf gegangen was hast du gesagt dora 6 ja ok bei mir ist auch was drauf gegangen rote diskette habe ich jetzt bekommen ich habe zwei münzen alter bei mir geht jetzt alarm los ich habe mich gerade erschrocken äh der pfeil ist auf 2 uhr ja das kreuz ist auf 6 uhr ja der punkt ist auf 10 uhr mh ja ok ich sehe jemand mit einer weißen maske und roten haaren in dem schwarzen kleid und dahinter steht ein mann oder so ein schatten halt von der äh die kerzen sehe ich da leuchten alle vier außer die mittlere ja ich kann die frauen drücken anklicken links daneben ist jetzt die schwarze figur mit den weißen augen aber wenn ich ok die hat die linze kaputt gemacht und ich habe die zweite batterie noch der hier oder was hatte 3 1 und 5 aha ok passt jetzt habe ich alle drei ok brauchst du zufällig eine ursatz die nehme ich okay 15 20 einen goldenen würfel ja jetzt habe ich ihn okay erzeugt um den würfel im würfelgerät musst du sie irgendwo platzieren habe ich eins 2 3 los vergiss ich hab zu früh mal nochmal 1 2 3 4 5 los 10 sekunden halten mein pc ist explodiert bei mir keine ahnung was er macht ein 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 Vielen Dank.